so und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei batman arkham origins wenn wir sind ja in der koffer merchants bank die ganzen spaß ist ja ausschalten die können ja nichts das soll ich nicht tun so da hinten ist der typ mit störsignal ich jetzt verarschen was war das denn jetzt für eine kacke man kann gleich neu starten wenn er zu dumm ist zum gleiten genau scheiße was war das denn ich dachte erst am anfang die reichweite ist groß genug dann habe ich es gesehen wollte mich doch mal hinstellen habe mich an die andere seite gelehnt dann war es ganz kurz da hab's wieder nicht gesehen das ist das stand das wurde kacke jetzt wissen wir bescheid reichweite reicht aus dann bekommst du her man weiß box like und das steht ja rum er hat ist jetzt nicht gezählt das müssen jetzt aber ausschalten genau so werden die dann ausgeschaltet vorhin habe ich auch schon einen damit aufgeschaltet also ja drei noch sagst du okay das könnte ich noch jetzt ganz groß like die waffen eine breche noch nicht mein oder ganz anders ja heilt stopp ich der mär das klingt relativ gut stopp die reichen Ladungen hatte Nein, ich brauche mehr Rüstung. Ja, Tür öffnen. Aha. Okay. Was hat das denn jetzt für eine Aktion, Mann? Kann ich hier wohl einfach durch die Tür, oder was? That would be pretty nice. Oh. Man muss halt immer den komplizierteren Weg gehen. Ah, was ist denn mit euch? Wow. 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 Jetzt hört mal auf. Du, vielleicht verpissen, du Spasti. Oh, ich hasse das. Was, dass die so verfickt schnell angreifen. Aha, warum hast du jetzt meine Kombo unterbrochen? Ich hab doch noch ins Land. Dieses Scheiß-Auto, Mann. Ja, hat's maul, du Spaß. Genau, es hat der Fette da, der ist auch noch. Fick dich einfach nur. Das Maul. Wat ein kack. Oh nein, das ist scheiß Baby, das ist nur ein Signal für Shiva. Da hab ich keinen Bock drauf auf Shiva. Da hab ich keinen Bock drauf auf Shiva. Und, da sagt man, dass der Fett da kommt hin. Der Stahlwerk, wo ist denn der Stahlwerk? Da. Okay. Da. Okay. Ja, mach sie platt. Black Mass gegen Straßentypen oder Pinguins. Ich glaube, es sind einfach irgendwelche Straßenpenner. Hey, das sind aber Jokers. Nicht Black Mass. Ja, genau, ich weichere nur aus dem Spiel anscheinend. Scheißegal. Oh nein, du schlägst mich jetzt nicht, du Spast. Man, ich werde das vielleicht alles wieder. Was war das jetzt für eine Aktion? Alter. Ähm, weiter. Okay, wir haben einen Sniper. Ah, da kommt gerade ein Typ, glaube ich. Ist auch auf der Ebene. We will never know. Ja. 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 Das perfekte Verbrechen. Ohne ist auch noch einer, was merkt, ha? Was muss man sich noch den da kriegen? Was? Warum hat das jetzt nicht ausgeschaltet? Ohne ist es, er gab gerade 0 Szenen. Ne. Jetzt auf einmal habe ich einen Skybatterain. Sehr interessant, auf einmal besitzt ich einen Skybatterain. Lass mich rein. Ich glaube, hier, in dem, in dem, in dem, in dem, in dem, in dem, in. im ich bin ein richtig cooler Typ nach Scheiße nach Scheiße ich hasse sowas, auf zwei Ebenen kämpfen es nervt einfach nur, es kacke bringt nichts oh Gott ja, kann ich mal wieder Bettler machen endlich mal wieder ein B-Klo-Kill was ist ein Zugangscode, ihr niggas 10 Zugangscode so, ich will jetzt eine coole Aktion machen, der wird echt cool, weil die wird richtig cool, was ich jetzt tue weil die haben hier so ein M-G-Ding aufgebaut und denken, ich könnte mich aufhalten aber ich sag was kann ich hier oben nicht benutzen, das ist ok warum wir kann ich benutzen so, jetzt setze ich die Waffe außer Gefecht dadurch geht das nicht mehr so, jetzt werden die, wenn ich reinkomme wenn sie so denken haha, ist tot, ne aber ich so, äh, gefuckt, man so jetzt gehen wir hier rein boom und öffnet die Tür, ich hoffe, das geht hallo Leute, heute möchtest du bitte die angreifen das hat nichts gebracht Aua oh nein Aua oh nein schaffst du nicht ja, dann greifen sie nie an, wenn du es mal brauchst alter, fackt euch einfach so, der Taster wurde ziemlich gefickt jetzt ja auch schon wieder stoffen, wo steht, wo das hat man dann na, guck mal was wir hier haben ah, von hier aus hat er seine Geschäfte doch gemacht der Plucky Plucky McLucky welchen Computer soll ich hacken? ah ja schaffst du nicht es gibt ja auch es gibt ja die ich ok ja jetzt kann man auch rein ja unter dem starr kommt auch der nächste bus kommt die Kürtel Koppel Bettele Badmaine Smiley Cyrus da ist sie nämlich schon sie gern hat man hat ganz kurz ihren Schatten gesehen und er denkt sich so Wort Fakmann ja ich glaube hier ist ja genau hier ist es dann nicht oder ist denn hier das Ende vom Kampf ich weiß nicht glaubt schon beginnt woanders wenn wir Sions finden Tür auf machen wir dich da ok mach erstmal die Typen platt ich hoffe dies ich hoffe diesmal nicht so fail ja kontern braucht man nicht ob ruhig drücke ja das und nein ja anstatt dass du den da hinten nimmt ne nirgends und spaß oh dann kann man wieder nicht mehr kontern was die die ja 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 so ist nur seine rüstung zertrümmert dass ich nicht ganz normal schlagen kann wie ich das will ich hasse das ja genau ich konnte nur der dmg 3 fürs museum habe ich gehört marzipositaktik das meine ausschalten ich habe gedacht dass alleine ja kontakt gekommen ich konnte die bettler jetzt macht die son los wir gehen noch mal aber ich bin zu stark bewegt habe außer das sind jetzt hier für eine aktion ja naja kaputt aber dem geht es gut der aber weiß keiner cool taxi die die echt wo fahrmann da ist ein Speicherpunkt gut dann war's das mit dem Part bis zum nächsten Mal Ciao